Inside this room, all of my dreams become realities, and some of my realities become dreams. Here we go. Philipp meint, die Welt befindet sich vor dem Abgrund. Durch die Finanzkrise wurden alle Länder der Welt in Mitleidenschaft gezogen und schon jetzt ist die Politik und sind die Regierenden machtlos, da es ihre Kompetenzen übersteigt, dieses Treiben aufzuhalten. Bevor es in allen Ländern in einem Bürgerkrieg endet, brauchen wir ein geregeltes Ende dieser Krise. Dieses kann nur das Volk herbeiführen, und dieses Volk muss sich nun bewegen. Am 15. Oktober werden wir ein Zeichen setzen, denn wir sind das Volk, wir sind die Bevölkerung und wir haben die Macht. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.